Schabbat Shalom Das sind ganz viele unterschiedliche Themen und auf Grundlage dieses Kapitels können wir das ganze Jahr predigen, aber keine Sorge, ich werde jetzt kein ganzes Jahr predigen. Der Wochenabschnitt beginnt damit, dass der Herr Abraham erschienen ist. Abraham und Sarah haben auf ein Kind gewartet, lange Zeit haben sie gewartet. Man hat ihn verheißen und der Herr sagte immer wieder, alles wird gut und sie haben verstanden, dass alles gut wird, aber nichts war gut, das Kind war noch nicht da und deswegen haben sie genauso auch weitergelebt. Und dieses Wochenkapitel erzählt uns von dem verheißenen Sohn. Am Anfang des 18. Kapitels gibt es den Sohn noch nicht, er ist nur verheißen. Und am Ende des 22. Kapitels, ich sage euch, womit dieses Kapitel endet, soll er geopfert werden, der Sohn. Darüber werden wir noch sprechen. Die Erwartung des Sohnes. Der Herr hat Abraham immer wieder getröstet. Und das Kapitel hätte viel kürzer sein können. Es wird einen Sohn geben. Ein Satz. Der zweite Satz. Der Sohn ist geboren. Aber in diesem Kapitel ist es wunderschön. In diesem Kapitel ist es aber so wunderschön beschrieben. Er ist aufgestanden, er ist gelaufen, es war heiß und er saß und da kamen drei Männer. Und er hat in diesen drei Männern den Herrn erkannt. Und wir verstehen, warum er losgerannt ist. Er war erfreut. Nur so können wir das lesen. Manchmal kommen Menschen zu dir. Und du kannst ihnen fragen, was willst du? Willst du was trinken? Stilles Wasser oder mit Bläschen, Blubberbläschen. Und manchmal kommen aber Gäste, die sagen, nein, nein, alles gut, ich brauche nichts. Alles gut, komm, setz dich und dann geht's los. Eine kleine Hochzeitsfeier. Warum? Du freust dich, diese Person zu sehen. Und du wirst ihn nicht einfach so loslassen. Die Person kann nicht mehr essen. Aber du machst alles Mögliche. Und das Gleiche lesen wir auch über Abraham. Er hat ihn nicht losgelassen. Er ist zu Sarah gerannt. Ich weiß nicht, womit sie beschäftigt war. In der Hitze. Wie sauer? Das Erste, was mir einfällt, ist, dass sie gehäkelt hat vielleicht. Oder vielleicht irgendein Kreuzworträtsel gelöst hat. Oder Sudoku. Oder Sudoku. Ich weiß nicht, was sie in der Hitze getan hat. Sie hatte noch kein Handy. Deswegen wahrscheinlich hat sie einfach nur Kreuzworträtsel gelöst. Dann ist Abraham angerannt. Dann ist Abraham angerannt gekommen. Los, los, wir brauchen Brot. Ganz dringend. Wir brauchen das beste Mehl. Wir haben Gäste. Dann ist er zur Herde gerannt. Hat das schönste Schaf gefunden. Und alles war sehr lecker. Er hat den Tisch gedeckt. Und sie haben ihm erzählt. Das Grundlegende. Nächstes Jahr. Werdet ihr ein Kind haben. Sarah wird ein Kind haben. Er hatte schon eins. Aber ihm war ausgerechnet von Sarah ein Kind verheißen. Ihr werdet in diesem Kapitel lesen. Sarah hat sich darüber lustig gemacht. Hat gelacht. Und so weiter. Die Frauen stellen sich heraus. Lachen nicht nur über das, was ihre Ehemänner sagen. Sondern auch. Die Männer streiten sich. Ja, ich höre sehr. Kannst du das sagen? Danke. 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 Die ganze Geschichte erzählt davon, wie sehr sie auf einen Sohn gewartet haben. Und wie sehr sich Abraham gefreut hat, als der Herr ihnen erschienen ist. Die Geschichte erzählt nicht darüber, dass er gesagt hat, geh von hier nach da. Ja, dann wirst du einen Sohn haben. Viel Spaß. Oder los geht's. Er hat ihn geführt. Er ist ihnen erschienen. An dieser Stelle ist er ihnen sehr besonders erschienen. Auf eine besondere Weise. In Form einer Person. Eines Menschen. Das war kein brennender Busch. Er wusste, dass der Herr zu ihm gekommen ist. Das war ein sehr ernsthaftes Erlebnis. Aber der Herr hat Abraham sein Leben lang geführt. Und das ist sehr besonders. Was sehen wir noch in diesem Wochenabschnitt? Wir sehen die Geschichte über Sodom und Gomorra. Und wie es gewöhnlicherweise mit bösen Menschen vor sich geht. Sie müssen bestraft werden. Irgendwas muss mit ihnen geschehen. Und eigentlich ja schon. Aber hier sind interessante zwei Verse. Lasst uns das erste Buch Mose im achtzehnten Kapitel öffnen und die Verse 20 und 21 lesen. 18. Kapitel 18. Stichie 20 und 21. Die Verse 20 und 21. Und der Herr sprach. Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß und ihre Sünde ist sehr schwer. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob sie es wirklich ganz nach dem Geschrei über sie getrieben haben, das vor mich gekommen ist. Oder ob nicht. Ich will es wissen. An sich hat er gehört, er hat es gesehen, er wusste es, es sind böse Menschen. Aber nein. Er sagt, sicherheitshalber gehe ich selbst nochmal hin und bin mir dann sicher. Es ist so, als würde ich hier geschrieben stehen. Es ist nicht wichtig, was die Menschen sagen könnten. Ich muss selbst überzeugt davon sein. Und wir lesen, dass er selbst in diese Städte geht, um zu überprüfen, ob es wirklich so schlecht ist. Interessant, was mit Abraham passiert. In dieser Zeit. Er weiß, dass sie böse sind. Er hätte sagen können, super. Er hätte sagen können, super. Sie sind böse. Dann geschieht ihnen ganz recht. Aber hier passiert etwas ganz Interessantes. Abraham bittet für sie. Und er sagt, Vielleicht ist unter diesen Menschen ja ein Gerechter. Und Abraham fängt an, für sie zu bitten. Für diese Menschen. Dass sie noch eine Chance bekommen. Und Abraham fängt an, mit dem Herrn zu verhandeln. Wie viele Gerechte sollen es da geben? Und ihr wisst genau, sie sind bei der Zahl 10 stehen geblieben. Und ihr wisst, Und ihr wisst, Genau aus dieser Stelle heraus entstand die Regelung, dass 10 Männer anwesend sein müssen. Ja. 10 Männer. Die die Gerechten repräsentieren. Die die Gemeinde repräsentieren. Und dort sind keine 10 gefunden worden. Und der Herr machte sich auf, Und Sodom und Gamora zu vernichten. In dieser Situation ist der Herr losgegangen, losgezogen. Und Abraham hat für Sodom und Gamora gebetet. Erinnert ihr euch an die Geschichte über Ninive? Sie waren böse Menschen. Zlöse Menschen in Bezug auf Israel und zu anderen Menschen. Und als der Herr den Propheten Jonah geschickt hat. Und gesagt hat, geh hin und predige. Man muss sie eigentlich auslöschen. Aber geh hin und predige. Vielleicht kann man sie noch retten. Und ihr wisst genau, Jonah sagte, Genau. Den? Niemals. Er war nicht nur ungehorsam. Wir wissen genau, Er hat ihnen sogar den Tod gewünscht. Er wollte nicht, dass sie am Leben bleiben. Er wollte nicht, dass sie sich bekehren. Aber die Geschichte endet damit, dass Jonah hingegangen ist. Und gepredigt hat. Und sie haben sich bekehrt. Jonah hat sich sehr gefreut. Ihr erinnert euch. Aber jetzt ist die Rede nicht von Jonah. Der Herr streckte seinen Arm zu Ninive. Und er wollte, dass sie seine liebende Hand spüren, erkennen und sich bekehren. Und das ist auch geschehen. Sie sind am Leben geblieben. Hört mal, ich wäre gerne nicht unbedingt Jonah, aber in dieser Stadt. Ich würde sehr gerne diese Menschen sehen, die sich benommen haben wie Tiere. die dann aber sich bekehrt haben. Und der Herr hat ihnen verziehen. Das ist wirklich wahrhaftig ein Wunder. Sie haben wirklich die Liebe des Herrn gespürt und die Hand des Herrn in ihrem Leben gesehen. Vor langer Zeit wurde mir eine Geschichte erzählt. Über eine junge Familie. Die zu der damaligen Zeit mit ihrem einzigen Kind zum Meer gefahren sind, Urlaub zu machen. Da, wo Menschen eben hinfahren, um Urlaub zu machen. Das war ein heißer Tag. Das war ein Sommertag. Und wie gewöhnlich sind viele Menschen am Strand, das Meer. Und die junge Mama spielt mit ihrem kleinen Kind, mit ihrem Sohn in diesem Schlauchbötchen. Und es sind viele Menschen da und es ist alles wunderbar. Aber wie es manchmal auch geschehen kann, gab es am Meer eine kleine Welle. Sowohl die Mama als auch das Boot waren bedeckt mit Wasser. Die junge Frau ist aufgestanden. Und sie hat diese Luftmatratze, diese Schlauchbötchen genommen und das war aber leer. Und sie fing an, das kleine Kind zu suchen. Und aus dem Nichts kam dann der junge Papa dazu. Und er hat mitgesucht und auch das kleine Kind gefunden. Und alles endete gut in dieser Geschichte. Es ist gut, wenn die väterliche Hand ein ertrinkendes Kind wiederfindet. Das Kind ist erwachsen geworden. Hat diese Geschichte irgendein Trauma hinterlassen oder irgendeinen Abdruck? Nein, gar nicht. Er war noch ganz klein. Woher ich das weiß? Dieses Kind steht vor euch und erzählt gerade über die liebende Hand des Vaters. Ich predige euch weiter über die liebende Hand des Vaters, die euch finden wird in jeglicher Situation. Was soll ich euch noch erzählen? In dem Kapitel 22 lesen wir weiterhin über die liebende Hand des Vaters. Wir lesen über die Opfergabe von Isaac. Gerade war er noch nicht einmal da. Man hat so lange auf ihn gewartet. Und dann wurde gesagt, lege ihn hin als Opfer auf den Altar. Und ihr kennt diese Geschichte. Diese Geschichte. Isaac musste nicht sterben. Statt Isaac wurde ein Widder auf den Altar gelegt und als Opfer dargebracht. Die Geschichte mit Abraham aber und mit dem Sohn, auf den er so lange gewartet hat. Diese Geschichte erzählt uns auch von der Erwartung des Messias. Das Volk Israels wartet auf den Messias. Der Herr hat seinem Volk schon lange den Messias versprochen. Er wird kommen und er wird dich erretten, Israel. Und die Geschichte mit Isaac erinnert uns über die Geschichte des Messias. Über den Messias von Israel, Jesus, Jeschua. Der auf das Kreuz gegangen ist. Der für unsere Sünde gestorben ist. Für die Juden und die Nichtjuden. Und der auferstanden ist. Damit wir eine Hoffnung haben können. dass nach dem Glauben an ihn auch wir auferstehen werden. Und auch darin sehen wir die Hand, die starke Hand des Herrn. Die liebende Hand des Herrn. Die erlösende Hand des Herrn. Jeschua ist auf dieser Welt gelaufen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber er hat auch ein paar Worte über Sodom und Gomorra gesagt. Lasst uns das Matthäus-Evangelium in Kapitel 11 aufschlagen. Wir lesen die Verse 20 bis einschließlich 24. Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, Verses 20 bis einschließlich 24. Dann hat er Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan haben. Wehe dir, Horazin, wehe dir, Bezaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, du wirst bis zum Totenreich hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Der zweite Teil vom 23. Vers Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, der zweite Teil des 23. Verses, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Sodom hatte Pech. Sie konnten Jeschua und seine Wundertaten nicht sehen. Wir haben Glück. Diese Welt hat heutzutage Glück. Wir hören die Predigten über Jeschua. Wir wissen von seinen Wundern. Wir wissen, dass er auferstanden ist. Und wir wissen, dass er dir helfen kann. Wir haben, genauso wie Sodom, eine Chance, am Leben zu bleiben. Sodom hätte die Chance, hatten sie aber nicht. Sie sind zu früh geboren worden. Wir heutzutage leben in dieser Zeit. Wir hören die Predigten über Jeschua. Und wir wissen alles. Und wir fühlen die Hand des Herrn. Wir wissen oder fühlen, wie er in unser Herz spricht. Tue Buße. Das, was wir hier lesen. In diesem Wochenabschnitt. Heute, wo das in der ganzen Welt in allen Synagogen gelesen wird. Der Herr ist zu Sodom und Gomorra gekommen. Damit sie Buße tun können. Sie haben die Chance bekommen. Wir haben heute die Chance. Buße zu tun. Lasst uns das Matthäus-Evangelium weiterlesen. Vom 25. Vers. Bis zum einschließlich dreißigsten Vers. Zu jener Zeit begann Jeschua und sprach. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und über diesen Moment sprach der Herr zu Abraham, dass in deinem Samen alle Völker der Welt gesegnet sein werden. Das, was wir gerade gelesen haben, das ist dieser Segen für die ganze Welt. Als Jeschua gekommen ist, und seine Arme geöffnet hat und gesagt hat, komm zu mir und ich werde dir vergeben. Ich werde dir ein neues Leben geben. Ich werde dir ein neues Herz geben. Du wirst nicht alleine kämpfen mit deinen Problemen im Leben. Vertraue mir und ich werde dir helfen. Er hat es verheißen, Abraham. Und Isaac und Jakob. Er hat es allen Propheten verheißen. Und sie wollten so sehr in dieser Zeit leben. In der Zeit, wo wir wissen, dass Jeschua bereits gestorben und wieder auferstanden ist. Wo wir den Heiligen Geist bekommen können. Der in uns und in unserem Leben sein wird. Wir haben heute eine wunderbare Chance. In der die Hand des Herrn jeden Einzelnen von uns berühren kann. Die liebende Hand. Die errettende Hand. Ich möchte euch bitten, dass wir jetzt alle aufstehen und gemeinsam beten. Unser Vater und König, Gott Abrahams, Isaacs und Jakobs. Wir danken dir für dein Wort. Für diese Welt. Und für dein Volk Israel. Wir danken dir für Abraham, Isaacs und Jakob. Und die Verheißungen, die du ihnen gegeben hast. Vater, wir alle, Juden und Nichtjuden, wir verbeugen uns vor deiner Gnade in deinem Sohn, dem Messias Israels. Und wir danken dir für deine Gnade für diese Welt. Und für uns. Dass du nicht richtest. Sondern kommst und hilfst. Und wir preisen dich dafür, dass das Gericht zwar noch kommt, jetzt aber die Zeit der Hilfe ist. Berühre unsere Herzen. Und erhöre unser Gebet. Und vergib uns. Im Namen deines Sohnes. Im Namen Jeschuas. Vergib uns unsere Sünde. Amen. Amen. Amen.